So, ich habe mir in der Zwischenzeit die Wimpern gecurlt und getischt und ein bisschen weiß hier unten in den Augenwinkel eingetragen, weil es ein bisschen zu wenig war. Und jetzt werde ich mir diese P2 Limitless Wimpern ankleben und ich habe sie vorher in kleine Stückchen geschnitten, wie ihr da seht. Weil, erstens, weil ihr Bändchen viel zu hart und plastikig ist und zweitens, weil ich sie jetzt etwas anders anordnen kann. Also, ich klebe dann mal. So, ich habe mir jetzt ein paar Wimpernwischen eingeklebt, wie ihr seht, jeweils drei hier unten. Und da oben, falls man das sieht, auch jeweils einzelnen Büschel hin. Weil, ich finde, so ein voller Wimpernkranz würde einfach nicht zu diesem Styling passen. Und so spiegelt das so ein bisschen dieses Geäst da wieder. Und als nächstes... Rote Lippen passen nicht so ganz zum Winter Styling. Deswegen werde ich jetzt mit diesem Canmake Lip Concealer meine Lippenfarbe auslöschen. So, als nächstes nehme ich dann ganz wenig von einem weißen Lidschatten. Von einem schimmernden weißen. Und dopfe das in die Mitte der Lippe. So, auf mein Gesicht, also hier auf die Wangenpartie, trage ich jetzt etwas Schimmerpuder auf. Und zwar dieses hier von Essence. Ah, alles fällt. Ah, alles hice. Jetzt werde ich ein paar von diesen kleinen, weißen, runden, glitzernden Nagelstickern nehmen und mir damit ein paar Schneeflocken ins Gesicht simulieren. Es ist sehr schwierig, diese kleinen Dinge richtig zu kleben, aber ich hoffe es klappt. Jetzt werde ich einen kleinen, 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 kleinen und kleinen. So, das war jetzt mein Love Like Winter Make-up. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut euch unbedingt die Fotos in meinem Blog an, weil man da hoffentlich die Farben besser sieht, wenn es hier auf der Webcam. Und ja, denkt dran zu voten, was euch besser gefallen hat, meine Version oder die Version von Miss Elch. Und voten könnt ihr nur unter meinem Blog-Eintrag dazu oder unter Miss Elch's Blog-Eintrag dazu. Außerdem seid ihr natürlich mal wieder herzlich eingeladen, eure eigenen Styles zu diesem Thema zu kreieren und sie uns zu schicken. Und zwar werden da auch nur Beiträge gewertet, die ihr unter unseren Blog-Einträgen schreibt, weil es total aufwendig ist, uns sämtliche Blog-Einträge zu suchen, also sämtliche Beiträge von euch zu suchen, weil es teilweise ja echt viele werden, wie zum Beispiel beim Disney-Princess-Make-up. Und da waren es ja Unmengen an Einsendungen, was total toll war. Hoffentlich werden es diesmal noch mehr. Wir müssen ja schließlich alle Rekorde brechen. Also denkt dran, voten, 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 mitmachen und uns empfehlen und abonnieren und allen erzählen, wie toll wir sind und einfach begeistert sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bye! Vielen Dank.